Klar, also du bist quasi transgender, for real. Nee, also, ähm, ja, bin irgendwann so in die Pubertät gekommen, da hab ich halt so gemerkt, Alter, irgendwie so richtigen Testosteronschub, gibt es bei mir nicht. Und genau so sag ich auch, wenn du in dem Körper geboren bist, dann bist du in dem Körper geboren aus dem Grund. Zu welchem Geschlecht fühlst du dich denn selber hingezogen, wenn ich das mal so fragen darf? Zu Frauen, ausschließlich zu Frauen. Ja? Ja. Ja, dann bist du schon ein Mann, Digi, oder? Ja, ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Hallihallo. Hallihallo. Servus. Na, alles gut? Ja, kann nicht klagen. Ey, jetzt kann ich deine Stimme nicht lauter machen. Kannst du bei dir ein bisschen, oder red mal ganz kurz. Äh, Test, Test, 1, 2, 3. Kannst du ein bisschen lauter machen? Geht das irgendwie? Äh, bestimmt, ne? Oder einfach ein bisschen näher ans Mic ran, oder so? Äh, dürfte besser sein. Ja, so ist perfekt. So ist perfekt. Was geht ab? Alles gut? Oh ja, bin gerade nach Hause gekommen vom Sport. Und verletzt habe ich mich auch. Keine Ahnung. Schön pumpen gewesen hast du? Nee, nee, ich habe mir vor, ach, keine Ahnung, vor einer Woche oder zwei habe ich mir, äh, gedacht so, ey, ich bin früher Inlineskates gefahren, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Ja. Kurz welche bestellt. Geil. Gestern angekommen, heute gemerkt, Fahrradfahren verlernt man vielleicht nicht, aber Inlineskates fahren sehr wohl. Ich habe mich ein paar Mal gut aufs Maul gepackt. Echt, ja? Ja. Aber Inlineskaten ist geil. Ich weiß dir. Ich bin ja öfter in Miami und so, da sind auch viele auf Inlines unterwegs und in LA auch. Ich habe früher geliebt, Inlineskates zu fahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das verlernt habe irgendwie. Aber ja, kann sein. Da muss ich aufpassen, wenn ich nächstes Mal Inlineskate fahre. Ich lag bei mir aber auch 14 Jahre oder so zurück und ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich das damals gemacht habe. Ja, 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 ja. Insofern, bin einmal gefallen aufs Handgelenk so. Und dachte mir so, ah, scheiße. Au, aber ich war erst eine Stunde da, also dachte ich mir so, komm, fährst du noch ein bisschen, übst du so, ne? Und so im Schädel so, ja, einfach nicht nochmal aufs Handgelenk fallen, Arschkater halt genau wieder drauf und dann war Schluss für mich den Abend. Ah, shit. Gute Besserung auf jeden Fall. Gute Besserung auf jeden Fall. Ey, cool, dass du es geschafft hast. Du bist doch schon länger, also war das nicht mal so, das hat dich nicht jemand in meinen Stream reingeholt sogar? Gesagt, hier, der will mal quatschen mit jemandem? Ja, ich folge dir jetzt hier auf Twitch, glaube ich, seit du hier auf Twitch angefangen hast. Also ich bin nicht ganz so ein alter Hase, den ganz alten Content, den kenne ich nicht. Ja. Aber, keine Ahnung, irgendwann mal in meinem YouTube-Feed aufgepoppt, rechter Verschwörungsschwurbler. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir direkt so, ah, er muss ein guter Dude sein. Sympathisch, Digga. Geil. Wenn die Leute sagen Nazi, dann denke ich mir direkt so, ja, er muss sie kennenlernen. Ey, ist voll traurig eigentlich, ne? Weil damit, was die auf jeden Fall schaffen, ist auch, damit werden echte Nazis gar nicht mehr ernst genommen, weil die gibt's auf jeden Fall. Weißt du? Ey, die gibt's bestimmt auf jeden Fall. Da wird ein schwarzer Dude wie ich als Nazi hingestellt. Oder wie willst du dann noch das Wort Nazi überhaupt noch ernst nehmen? Weißt du? Ey, ich komme aus dem Ruhrpott und lebe hier immer noch. Wäre ich Nazi, Alter, wäre ganz schnell vorbei mit mir. So, das geht gar nicht, Mann. Da gibt's aber diese Nazi-Ecke, ne? In Dortmund oder so, glaube ich. Gibt's doch dieses Vittel, wo die da richtig Randale, da machen die da richtig Randale. Offiziell. Da kam auch dieser eine, der eine Neonazi, der auch so Interviews gemacht hat mit Charo und so. Gab's mal eine Zeit lang, wo der da im Internet und mit Manuelsen und so hat der auch Talks gemacht, so auf Crazy. Aber ja, ich dachte, irgendwann hatte ich mal, du bist doch, also ich weiß nicht, ob ich dich auch jetzt gerade verwechsel. Du hast doch, äh, du bist ja irgendwie auch in diesem ganzen LGBTQ-Thema involviert, oder? Ja, was heißt involviert? Ich hab halt eine recht, äh, einzigartige, äh, Sichtweise darauf, würd ich sagen. Ich hab dir vor... Aber du bist doch selber auch, äh, bist du Teil davon? Also, ich hab, hast du nicht mal gesagt, dass du auch Transgender irgendwie unterwegs bist? Nee, nee, ich hab gesagt, ich bin das, was andere so nennen. Also, ich, ich bin mittlerweile weg davon, mich so zu nennen. Okay. Weil, ähm, ich weiß nicht, von wem das kommt, von irgendeinem Philosophen oder vielleicht auch einfach von irgendeinem Drophi. Auf jeden Fall folgendes Zitat. Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung haben. Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben. Und ich find, da liegt so unglaublich viel Wahrheit drin. Facts. Und, und du hattest doch den Talk mit, äh, hier Kurt Tepperwein und so. Ja. Und der hat ja auch diese, diese, dieses spirituelle, dass du ist nicht dein Körper. Wenn, wenn dir durch den Unfall eine Hand, äh, abhanden kommt oder so. Ja. Dann bist du ja nicht weniger du. Also bist du schon mal nicht dein Körper. Ja. Schlussfolgere ich für mich, dass die Idee, jemanden anzusprechen auf das spirituelle Wesen, ob es jetzt er, sie, es oder irgendein erfundenes Pronomen ist, erst mal recht sinnig. Wie damit umgegangen wird, find ich dumm. Weil unsere, unsere deutsche Sprache, die hat sich halt nun mal mit, mit einem genehm, ähm, generischen Maskulinum entwickelt. Mhm. Und, ähm, ja, ein bestehendes System, was Sprache ja ist, ja, du kannst sie nicht einfach mal so schnell umbauen, so. Klingt scheiße. Wir fragen so, was, was ist das, warum auch, weißt du, wie ich meine? Ich glaub, die meisten Frauen fühlen sich davon nicht angegriffen, dass ein paar Wörter einfach, weißt du, äh, 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 mach mal ein Beispiel, was gibt's denn als Beispiel? Der Doktor. Hm. Ja, obwohl, da sagen wir ja die, was gibt's denn für Beispiele, wo ein Wort maskulin ist, was aber eigentlich kein Gender hat, so. Äh, keine Ahnung, ich bin grad sprachbehindert. Mir fällt's gerade auch nicht ein, könnt ihr mal irgendwas in den Chat reinschreiben, was die Leute geändert haben wollen, damit man nicht diskriminiert und so? Arzt. Bäckerin. Bauarbeiter. Ja, Bauarbeiter. Ja, Bauarbeiter. Zum Beispiel. Ich, also ich bin überzeugt davon, dass die meisten Frauen sich davon, also darüber eigentlich auch nie Gedanken gemacht haben, bis irgendwelche Leute im Fernsehen das erzählt haben. So, Einkaufskorb. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Enns Käufens und Enns Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein, ihr Einkaufskorb, sondern Enns Käufer und Enns Einkaufskorb. Und das wäre eine neue Form, die eben dazu führen würde, dass wir die Genderfreiheit, die ja jetzt gesetzlich als Möglichkeit festgeschrieben ist, auch tatsächlich umsetzen können. Okay. Ja, ja, aber was ich sagen wollte, ist, die, ganz grundlegend, wenn man sich da irgendwie von, von angegriffen fühlt oder da Besserungsansätze bringen möchte, ey, you do you, und ich befürworte das voll, aber dann, geh, geh die ganze Meile und was weiß ich nicht, die reine Sprache gänzlich neu. Es ist nicht so, als hätten das nicht Leute gemacht. Also da wärst du schon dafür, dass man quasi die ganze Sprache nochmal überdenkt und mit, mit Gendert und so? Nein, 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 nicht die bestehende. Eine neue erfindet, oder? Komm mit was eigenem auf, so, und inspirier die Leute dazu. Ich bin immer dafür, dass, äh, Inspiration, äh, wohl, wohlwollende Gedanken und so weiter viel, viel größere Wellen schlagen als irgendein, äh, Verbot. Ja, 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 ja. Also, du sagst jetzt, wenn einer ein Problem hat, soll er einfach eine neue Sprache entwickeln. Ey. Und nicht die alte Sprache so vergewaltigen mäßig, wa? Ja, 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 klar. Ja, 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 Ansatz find ich erstmal nicht schlecht, so. Weiß ich nicht, ob man das, äh, ob das Sinn macht. Weißt du, wie ich meine? Ob das möglich ist überhaupt, dass ein ganzes Land zum Beispiel auf einmal eine ganz neue Sprache verwendet, die dann genderneutral ist. Ich frag mich auch, ob das überhaupt notwendig ist. Weißt du? Ich glaub, hab das Gefühl, da werden Probleme erschaffen, wo eigentlich gar keine Probleme sind. So. Ich glaub nicht, dass viele Leute ein Problem damit hatten, dass manche Wörter Einkaufskorb, Einkaufskorb und nicht Einkaufskorb innen heißt. so, weißt du, wie ich meine? Ich glaub, die meisten Leute haben sich darüber vor zehn Jahren noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist erst passiert, als die das uns aufgedrückt haben, quasi so, weißt du? Aber mich würde noch mal jetzt ein bisschen deine eigene Geschichte erklären. Also, du bist quasi transgender, for real. Also. Ja, jein. Wie gesagt, komm ich jetzt zu. Ich bin ganz normal aufgewachsen, bin irgendwann so in die Pubertät gekommen und da hab ich halt so gemerkt, da irgendwie so richtigen Testosteronschub gibt es bei mir nicht und ich hatte viele gesundheitliche Probleme und bin ich halt zum Arzt und viele, viele Tests gemacht, großes Blutbild, dies, das, jenes und irgendwann hat man halt festgestellt, so, äh, dass meine Chromosome irgendwie Arsch sind und ich, äh, nee, ich, ähm, 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 die Hormone ausschütte, die, die, die ich ausschütten sollte, sozusagen. Die man normalerweise ausschütte, wenn man ein Mann ist, und in der Medizin gibt's einen Begriff für diese, dieses, ja, was sich im Spektrum befindet, wo, wo die Leute immer drüber reden, alles, was nicht eins, 100 Prozent männlich oder weiblich ist, sagen wir mal, du bist ein Mann mit XY, hast aber einen Hormonhaushalt wie eine Frau, dann ist das untypisch, ja, ja, kommt ja vor, also nicht häufig, das sind irgendwie 0,0 Schlag mich tot, ja, aber, ähm, ja, ich bin sozusagen einer dieser Fälle, so. Krass, aber du hast X und Y-Chromosomen quasi. XXY. XXY. Yes. Das ist normal, aber, ne? Nee, normal ist es nicht. Normales XY, ne? Als Mann. Ja, ja, genau. Und du hast XXY. Okay, crazy. Crazy. So, auch männlich ausgespürt, geprägte, äh, Geschlechtsorgane und so weiter und so fort. Alles vollkommen, ich identifiziere mich jetzt, ja, keine Ahnung, weder noch, muss ich sagen, so, Geschlecht ist für mich so, ja, wie gesagt, für mich ist das so ein spirituelles Ding, wo ich mich eher zusehe, so, aber würde man mich fragen, ey, äh, was bist du jetzt eigentlich, Mann oder Frau? Ja, dann sag ich halt auch, Mann, einfach so, um der Diskussion auszugehen, 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 aber du fühlst dich nicht so. Ich fühl mich als eine ganze Menge, aber Geschlecht kommt halt irgendwann so, weiß ich nicht, so, wenn, sagen wir mal, ja. Das ist schon, das ist schon so biologisch, ne, quasi, hormonell bedingt so. Ja, ja, ja. Weil es gibt ja natürlich, es gibt ja auch Männer, die feminin sind, eher, weißt du? Ja. Die jetzt nicht den heftigen Testosteron-Level haben, die eher so ein bisschen feminin einfach sind und, 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 ja, halt, es gibt ja da auch verschiedene Arten von Männern, so, weißt du? Das ist das aber nicht, ne? Also das ist jetzt nicht ein Mann, der einfach ein bisschen in die Femininität tendiert, so. Ne, das ist es gar nicht. Das ist es zum Resultat. Also, äh, Menschen, die das haben, denen kann man das oft vielleicht auch sogar ansehen. Ja. Ähm, ich meine, eine Frau, die viel zu viel Testosteron ausschüttet, der wirst du das auch ansehen, weil die bekommt einfach straight up einen Bart. So, ist, ist so. Ich kenne auch so, also ich kenne auch Frauen, die einen hohen Testosteron-Level haben, die jetzt keinen Bart bekommen, aber ähnlich, auch dann ähnliche Probleme wie Männer haben, einen viel höheren Sex-Drive haben zum Beispiel als andere Frauen und halt einfach ein bisschen maskuliner unterwegs sind, so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber ich muss sagen, ich finde das gerade mega interessant, es ist auch gut, da mal reinzuhören, so mal die Perspektive zu bekommen von jemandem, der wirklich betroffen ist, weil das, bei dir ist ja dann wirklich auch, du bist ja dann einer von ganz wenigen Fällen, ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Leute, die heutzutage sich dann irgendwie einfach nur mal für eine Zeit lang irgendwie nicht wohl in ihrem Körper fühlen und dann sich um und dann Hormonblocker nehmen und sowas. Bei dir ist das ja wirklich von Geburt an so gewesen, war? Hm, ja, bei mir ist das so, dass... Wann kam das denn? In welchem Alter? Wann hast du das denn gemerkt? Boah, keine Ahnung, mit 16, so in Schulzeiten, so, ne, wenn die anderen Jungs so langsam baff werden und man selber so, keine Ahnung, so, ey, erste Barthaare oder so kamen, bei mir mit 19. so ist schon echt spät, so und, äh... Okay, das war aber jetzt zum Beispiel bei mir auch nicht anders. Ja? Ich kann mich erinnern, Alter, meine Klasse-Kameraden, die einen orientalischen Background hatten, wenn ich das mal so sagen darf, die hatten mit 13 schon Vollbart und bei mir, ich hab erst einen richtigen Bart gehabt mit mit 23 oder 22 oder so. Hm. Ja, aber erzähl weiter, ja? Ne, auf jeden Fall, ähm, blieb das bei mir so aus oder halt super wenig und, äh, lange auch nichts dabei gedacht, so, und, ähm, ich bin halt so, ja, ich finde, ich hab mich einfach immer irgendwie so zwischen den Stühlen gefühlt, weißt du? Wenn ich mit, äh, Jungs rumgehangen hab, ähm, wie du schon sagtest, gewisser Sex-Drive kommt dabei, wie Männer auch reden und so, irgendeiner Frau hinterhergucken und so, hab ich immer so, ohne das jetzt herabwertend zu meinen, aber hab ich immer in dem Moment als voll primitiv erachtet so, und ich denk mir so, hey, Alter, hör auf mit deinem Schwanz zu denken. So. Ja, Aber wenn ich, wenn ich diesen Hormonhaushalt nicht habe, den die haben, natürlich raff ich das nicht. Ja, ja. Und was kann das für Gründe haben? Keine Ahnung. Vorhin hat jemand im Chat geschrieben, äh, im Leitungswasser, liegt am Leitungswasser in Plastikflaschen. Ey, wer weiß, kann sein, kann nicht sein. Gibt's auch Theorien. Gibt's auch Theorien. Aber du bist jetzt nicht einer von den Fällen, die es ja auch gibt, wo, die mit, es gibt ja auch Fälle, wo Menschen mit den, sogar mit den Organen von, von, äh, Zweigeschlechtern groß werden, zum Beispiel. Nein, das ist nicht bei dir so, ne? Das ist das bei mir nicht, ne? Okay. Diese Fälle sind sogar noch, 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 noch viel seltener. Ja, die sind, die sind auch, da sag ich auch, da ist es auch, äh, da muss man sich auch drum kümmern, so, weißt du? Also, klar. Und da bin ich auch, dann sag ich auch, okay, krass, wie soll man das jetzt bezeichnen? Was ist das jetzt und so, weißt du? Da bin ich jetzt auch keiner, der, der dann da irgendwie, weißt du, ich bin, was ich eigentlich nur bin, wenn es um diese ganze Thematik geht, ist kritisch gegenüber dieser Beeinflussung, die stattfindet in die Richtung, weißt du? Dass man Kids schon in die Richtung irgendwie prägen möchte und denen sagen möchte, ey, guck mal, das gibt's auch noch und das und das verwirrt die Kids oft, hab ich das Gefühl, weißt du? Weil als junger Mann oder als junge Frau ist man ja eh schon so ein bisschen verwirrt. Da denkt man, weiß man ja eh noch nicht genau, wo gehört man hin in die Gesellschaft, wer bin ich eigentlich? Und dann kommen da irgendwelche Drag Queens und lesen da vor und die sagen, ey, es ist okay, du kannst dich identifizieren, als was du möchtest und so. Das geht dann in eine falsche Richtung, glaube ich. Das verwirrt die Kids mehr, als dass es denen zugute kommt, weißt du? Aber natürlich bin ich einer, der sagt, ey, wenn das wirklich hormonell ist und biologisch ist und da irgendwelche Probleme sind, sollte man sich um diese Menschen kümmern, weißt du? Aber ich glaube halt auch zum Beispiel, das hab ich immer gedacht, ist, wenn ein Mann zum Beispiel ein bisschen femininer unterwegs ist, dann ist es ja erstmal keine Störung oder so, sondern du bist halt einfach ein bisschen femininer. Du hast vielleicht nicht so einen ausgeprägten Hormonhaushalt wie die anderen Jungs, bist, aber bist dann trotzdem noch ein Mann. Fühlst du dich, als was fühlst du dich? Was denkst du, also als was fühlst du dich, wenn du mal die Hand aufs Herz legst, so? Wie gesagt, kann ich nicht beantworten. Ich fühle mich nicht als Mensch, kann ich sagen. Weiß ich nicht. Einfach so, wenn, 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 nein, eben nicht mal das. So, wenn ich, wenn ich die Augen zumache, bin ich ja, kann ich alles sein, was ich will. Ich bin, pass auf, ich bin Künstler, ich bin seit Kindertagen, mega kreativ. Ich habe das nie verlernt. ich, ähm, mein Berufsfeld findet auch, äh, in Sachen Kunst statt. So, ich, 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 ich schaffe, er schaffe, äh, digital Welten auf Leinwand oder, ist vollkommen egal. So, und wir sind in einer Zeit angekommen, wo, wo, wo das einfach verschmilzt. Wir sind auch nicht weit weg davon, äh, äh, biologische Geschlechter zu verändern. Ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber, das wird bestimmte Leute nicht aufhalten. So, und ich bin mit eine Person davon, die das nicht aufhalten wird. Ich versuche natürlich, ähm, da, ähm, einen guten, einen richtigen Weg zu gehen. Ja. Einer, der sich herzenstechnisch richtig anfühlt. Ich glaube, da sind wir so auf einer Wellenlänge. Aber, so, wenn die, wenn die Leute sich nicht damit beschäftigen, dann kann das halt auch so in die falsche Richtung gehen, ne? Mhm. Aber, äh, meinst du nicht, dass biologische Geschlechter auch aus einem Sinn da sind? Glaubst du an Gott? Äh, nein, ich glaube nicht an Gott. Ähm, auf jeden Fall nicht so wie, wie die, die großen Weltreligionen. Nee, jetzt nur für dich so. Jetzt immer, ich mag, also das ist auch eine Sache, ich, deswegen will ich auch eine Umfrage darüber machen, weil, an Gott glauben heißt ja jetzt nicht, dass du einer der Weltreligionen angehst. Das packen die Leute natürlich immer in eine Schublade rein, aber ich glaube, ich, ich will diese Frage generell, glaubst du an einen Schöpfer? Oder glaubst du an was, was, was Erschaffendes, irgendwas, was etwas, was die Erde, hier erschaffen hat, eine Energie oder ein Universum, was alles zusammenbringt quasi, was uns alle miteinander verbindet? Nein. Also etwas, das uns alle verbindet, ja, aber etwas, das es geschaffen hat, nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube an Balance, äh, also das Gleichgewicht, nicht die Dinger, die man steigen lässt, die sind fake. Was verbindet uns denn? Wenn ich da kurz einhaken kann. Was verbindet uns denn? Was ist das, was uns verbindet? Alle. Und auch die Tiere und die, äh, die Natur und so. Wie würdest du das beschreiben? Träume, ähm, Energien, die man ausstrahlt, äh, der, der Wunsch gesehen und geliebt zu werden, solche Dinge verbinden uns, ja. Würde ich, würde ich safe so sagen. Ja, stimmt, würde ich dir auch zustimmen, aber es gibt auch eine Sache, die uns halt, meiner Meinung nach, gibt es eine Sache, die uns verbindet, weißt du? Alle Menschen miteinander, selbst die, die wir nicht kennen, und so. Ich, weiß nicht, auch die Natur zum Beispiel, die ja jetzt nicht träumt, oder, weißt du, wie ich meine? Also, keine Ahnung, aber das ist mein Glaube. Ich glaube halt einfach, dass, dass etwas Höheres gibt, was uns alle miteinander verbindet, so. Ich glaube daran, aber wenn du nicht dran glaubst, ist ja auch vollkommen okay. Aber ich wollte nochmal bei dem Thema von vorhin bleiben. Ein paar Leute im Chat haben mir auch sehr interessante Fragen gestellt. Also, ich muss sagen, persönlich jetzt, wenn ich meine Meinung kurz dazu sagen kann, mit dem, mit dem Geschlechtsthema, ich glaube, dass Geschlechter aus einem Grund hier sind, weißt du? Ich glaube, dass Gott das aus dem Grund so gemacht hat. Ich glaube, dass Männer und Frauen, diese zwei Geschlechter, die es gibt, meiner Meinung nach, die sind aus einem Grund da. Damit wir zusammenkommen als Einheit und dann eine Familie gründen und ein neues Lebewesen kreieren. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und wenn es in eine Richtung reingeht, wo diese Geschlechter komplett abgeschafft werden sollen und es eigentlich gar keine richtigen Geschlechter mehr gibt, das würde ich als gefährlich und kritisch ansehen und als würde meiner göttlichen Weltsicht widersprechen so ein bisschen. Weißt du? Kann ich voll verstehen, aber ich glaube, da ist dann auch sogar der Punkt, wo wir so ein bisschen auseinander gehen, weil ich denke mir immer so, was ist daran verkehrt, mit guter Intention, die Schöpfung zu verbessern, zu erweitern, größer zu denken oder so. Also es gibt ja viele Religionen, die Gott so als Vaterfigur, sag ich jetzt mal, darstellen. Ja. Und wenn ich Gott als Vaterfigur sehe, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Gott mir böse sein kann, wenn ich ihn überkommen möchte oder so. klingt übertrieben arrogant und abgehoben, aber soll es gar nicht sein. Ein jeder Papa ist doch stolz, wenn sein Kind irgendwann mal größer, stärker, besser, weiter, whatever. Und ich versuche einfach nur, diesen, diesen... Was ich halt dazu sagen... Oder sag mal zu Ende den Satz, sorry. Ich wollte nur sagen, dass ich versuche halt, diesem Geisteskonstrukt Gott nicht zu missfallen. So, ich habe diesen Gedanken im Hinterkopf, ohne dass ich sage, ich glaube daran. Das ist einfach nur... Ich versuche so zu leben, als gäbe es ihn. Warum aber? Na, für den Fall und tut mir ja nicht weh, ne? Aber dann ist vielleicht irgendwas in dir, was dir sagt, es gibt ihn. Oder es? Besser Vorsicht als Nachsicht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich... Da komme ich irgendwie mit simpler Logik drauf, so. Ich glaube halt, dass es in unserem Herzen verankert, so. Und deswegen selbst... Selbst Atheisten, Menschen, die... Oder Leute, die nicht an Gott glauben, leben göttlich oder versuchen göttlich zu leben. Weißt du? Weil es, glaube ich, in unserem Herzen verankert ist. Das ist einfach drin, so. Da kann man sich gegen sträuben, wie man möchte. Und ich persönlich, zu dem, was du gesagt hast, mit der Schöpfung überkommen oder erweitern oder so, ich würde mir gar nicht... Also ich glaube, dass die Schöpfung so ist, wie sie sein soll. Ich glaube nicht, dass wir da rumhantieren müssen oder verändern müssen oder erweitern müssen oder irgendwie so. Ich glaube, wir sollten mehr akzeptieren, wie es ist. Aber machen wir doch schon... Das lehrt mich auch die Spiritualität, weißt du? Und genau so sage ich auch, wenn du in einem Körper geboren bist, dann bist du in dem Körper geboren aus einem Grund. Du sollst sie nicht ab... Du sollst deine Genitalien nicht abschneiden, den verändern oder irgendwas. Nein, du bist hier auf der Erde in diesem Körper, weil du das so erfahren sollst. Das muss nicht verändert werden, das muss nicht erweitert werden, da muss nicht dran rumhantiert werden. Es ist, wie es ist. Weißt du? Und das lehrt mich auch, die Spiritualität zu sein und nicht immer versuchen, Dinge zu verändern oder zu krass drüber nachzudenken, wie man alles anders machen könnte. Akzeptanz ist da ein wichtiger Punkt, weißt du? Und ich glaube, wir müssen mehr wieder in diese Akzeptanz reinkommen und akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und das Beste daraus machen. Ja, kann man so sehen. Ich kriege dein Herz. Okay. So, ich versuche ja auch, da Beste draus zu machen. So, meine Wege sind halt nur andere. Ja, ja, ey. Ich finde diese Gespräche jetzt auch in den letzten Tagen hier und auch dieses Gespräch, was ich bei ARD hatte und ich finde es mega interessant, was du erzählst und ich will auch jemand sein, der immer offen bleibt, auch mit Menschen zu reden, die Dinge anders sehen. Deswegen finde ich es gut, dass du hier auch reingekommen bist und mit mir dieses Gespräch hier führst, damit wir eine neue Perspektive gewinnen, damit ich eventuell auch besser verstehe, wie es Menschen wie dir geht oder was deren Ansichten sind etc. Was sagst du denn jetzt zum Beispiel, also würdest du dich jetzt selber als Teil der LGBTQ-Community sehen? Äh, nein. Ich, äh, wann immer ich mit Leuten aus dieser Community, nenn ich es jetzt mal, zu tun hatte, habe ich meistens mega schlechte Erfahrungen gemacht, weil die alle bei weitem nicht so offen und tolerant sind, wie sie, äh, es zu sagen, äh, pflegen, so. So wie du. Ich, ich, ich kriege da immer so mega, mega falsche Vibes mit, so. Ja. Ja. Verstehe ich vollkommen, was du gerade sagst. Ich würde mir auch wünschen, dass gerade, weil die ja für diese Offenheit und diese Vielfalt und so stehen, dass die halt auch wirklich dann sich auch so verhalten. Ich habe das Gefühl, dass die teilweise extrem radikal sind. Weißt du? Extrem. Und jemand, der eine bisschen andere Meinung hat, wird sofort angegangen, wie ein Teufel. So. So, ich muss, ich muss aber auch sagen, das ist, glaube ich, so ein gesamtgesellschaftliches Problem dieser westlich-pseudo-zivilisierten Welt, so. Fakt. Wenn du, wenn du so ein großer, äh, zwei Meter zehn Harald bist und mit lackierten Fingernägeln rumläufst, dann bist du eine Schwuchtel. Aber wenn, wenn, aber wenn, äh, Johnny Depp das macht, dann ist das ein geiler Typ, so. Nee, Lega. Kann ich mich nicht reindenken, Alter. Ja, ja, ist so, ist so, ist so, ist so. Ich finde das generell, äh, schwierig, so. Ich glaube, der Trend in diese Richtung, in diese Feminisierung der Männer ist keine gute Sache. Aber da sind wir wahrscheinlich auch nicht auf einer Welle. Aber ich, ich sag, ich sag, Mann ist Mann, Frau ist Frau und Fingernägel lackieren ist halt einfach nicht männlich so. Weißt du, was ich meine? Ist halt einfach so. Egal, ob Johnny Depp das macht, Sido das macht, oder irgendein Harald, der zwei Meter groß ist und, äh, sich auf der Couch mit seiner Freundin zusammen da die Fingernägel markiert, aber das ist lackiert, aber das ist meine persönliche Ansicht der Dinge, weißt du? Muss ja nicht jeder so denken und sehen wie ich. Ähm, auf welches Geschlecht, also was, was, wo, zu welchem Geschlecht fühlst du dich denn selber hingezogen, wenn ich das mal so fragen darf? Zu Frauen. Ausschließlich zu Frauen. Ja? Ja. Ja, dann bist du schon ein Mann, Digi, oder? Kann man so sagen. Ich meine, du hast die Geschlechtsteile, du hast die... Pass auf, für mich ist das wirklich ein Sprachproblem. So, ich glaube, ich glaube, so wie du das siehst, würde ich mich als Mann bezeichnen. So, so wie ich das sehe, würde ich das nicht tun. So, ich würde mich aber auch nicht als weiblich bezeichnen. Ich bin einfach, keine Ahnung. Ich trage zum Beispiel den Namen Alice. So, keine Ahnung, ich habe den, ich habe meinen Namen irgendwann ändern lassen. Ich bin halt Alice mit männlich. So, ich muss mich für meinen Namen nicht rechtfertigen. Krass. Du flasht mich gerade, ich schätze. Es gibt ja, es gibt ja auch einen Alice Cooper. Ich finde den Namen geil. Ich, ich, so, ich verbinde, ich verbinde mit dem Namen was. Okay. Okay, ich weiß gar nicht, wie kommt das denn, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast oder dich gefragt hast, ob du ein Mann bist oder nicht? Hat da irgendeine Beeinflussung stattgefunden? Na, oder hat dich irgendwas dazu, hat dich irgendwas dazu gebracht, darüber nach? Es sind einfach wirklich nur so, so viele, viele, viele weibliche Traits, die, also, aber das ist doch okay, Digga, es gibt doch gesellschaftliches Konstrukt, weibliche Traits, die mir zugesagt werden oder die ich so sehe. Meinst du, sorry, 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 das muss ich jetzt, muss ich kurz unterbrechen, Digga. Meinst du, Weiblichkeit oder Mann und Frau sind soziale Konstrukte? Nein. Okay, dann erzähl weiter. so, aber ich, ich, ich halte so super, super individuell auf jedes, auf jedes, äh, noch so kleine Ding, so, finde ich jetzt zum Beispiel, äh, sich die Nägel zu lackieren, äh, ein rein weibliches Ding? Nee, finde ich nicht. Nicht? So, früher, so 16. Jahrhundert in, äh, England, da haben die, die Männer, äh, High Heels, Strumpfhosen und dämliche Perücken getragen, so. Ey, das war, das war männlich, weil, weil es der Adel sich leisten konnte, so. Mhm. Okay. Das ist halt so, super schwierig, es ist, vieles davon ist ein gesellschaftliches Konstrukt und vieles davon nicht. aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Make-up, Schminke und, und Nagellack und so kommen, ne, das kommt ja, das wurde ja für Frauen entwickelt, weißt du? Da ist ja schon der, oder nicht? Kommt drauf an, wie man es sieht, ne? Du kannst, äh, Make-up haben, das aussieht wie eine Kriegsbemalung und du kannst Make-up haben, das aussieht wie, ich will dich ficken. So, und ich glaube, ja, dieses, dieses balzverhaltende Make-up, würde ich auch sagen, ja, das ist ein weiblicher Trade. Mhm. Erzähl mal ein paar weibliche Traits und ein paar männliche Traits auf. Äh, uff. Was ist für dich typisch weiblich, was für dich typisch männlich? Weil du bist ja, stehst ja zwischen den Stühlen quasi, obwohl, für mich persönlich, bist du ein Mann, Digga, sag ich dir ehrlich, sorry. Trost spenden wäre zum Beispiel ein super weiblicher Trade. Ich kenne keinen Mann, der ist richtig geschissen, kriegt jemanden auf die Art und Weise in den Arm zu nehmen und zu trösten, so, das fühlt sich nie gleich an. Echt? Würde ich behaupten. Ja, also auf jeden Fall sind Frauen da viel, fühlt sich besser an, ja, gebe ich dir recht. Also wenn es mir nicht gut geht und ich habe eine Frau, ich umarme meine Mom oder auch meinen Onkel, Digga, das fühlt sich bei meiner Mom da schon besser an. Ist so. Und das ist halt auch doof, dass mir nur diese Extreme einfallen. Was ist typisch männlich? Typisch männlich? Ja, ja, so, so, unkontrollierte Gewalt-Traids. So, klar, ein guter Mann weiß mit, mit, mit seiner Wut, mit seinem Überschuss an Testosteron und, Alter, mir platzt gleich der, ne? Wissen die natürlich, gut umzugehen, aber so, so, ja, so richtiges Berserk-Verhalten habe ich von einer Frau auch noch nie erlebt. Echt? Also da habe ich andere Erfahrungen gemacht, Alter. Da gibt es schon auf jeden Fall auch ein paar Mädels, die da richtig krass sind. Aber ich weiß, was du meinst, aber das ist auch sehr individuell, würde ich jetzt sagen. Ich persönlich so. Ich kenne viele Männer, die sich gut kontrollieren können von Haus aus so, weißt du, gerade auch was Aggression und so angeht. Aber es gibt auch viele Männer, wenn die mal einen trinken und so, dann werden die richtig aggro und können ihre Aggressionen nicht richtig kontrollieren, so, weißt du. Aber ja, ich denke mal, Männer sind generell gewaltbereiter so. Generell. Ja, 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 ja. Okay, krass, Chat, stellt mal noch Fragen, wenn ihr Fragen habt. Okay, also, okay, okay, wie war das denn mit deinen Eltern so? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Oder hast du es denen überhaupt erzählt? Weil, ist es offensichtlich, also, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich, was würde ich dann denken, was du für ein Geschlecht bist? Du würdest wahrscheinlich sagen, oh, femininer Typ. Ja. Also, es ist schon durchaus vorgekommen, dass man mich verwechselt hat oder sich nicht sicher war, aber, ja, die meisten erkennen mich als einfach nur recht femininen Typ. Okay. Hast du eine Präferenz, wie du angesprochen werden willst? Nee, ist mir so egal. Ist dir Latte? Ja. Krass. Und du stehst aber ausschließlich auf Frauen, ne? Jawohl. Fühlst du dich dann mit Frauen männlich oder weiblich? Oder gleich? Wenn du mit Frauen jetzt bist. Hast du eine Freundin? Äh, nein, aktuell nicht. Okay. Fühlst du dich dann, wie fühlst du dich dann? Ja, ich fühl mich, wie ich mich fühle. Ich fühl mich, wie ich. Ja, ja, geil, Digga, war das eine komische Frage. Ich weiß, das ist eine komische Frage. Ich bin halt sehr neugierig gerade, weißt du? Alles cool. Ich hab vor ein paar Stunden, ich weiß gar nicht, wann der Talk zustande gekommen ist, aber da hab ich deinen Talk im ARD-Gedönster gesehen und ich hab mich weggeschnissen vor allem. War richtig gut. War gut, war das Gefühl, ja? Geil. Ja. Ich bin, wo ich zum Beispiel... Das Ding knüpft quasi daran an, Alter. Ich finde, das ist eine geile Sache, Alter. Ich find's gut, dass wir miteinander reden, so. Du hast ja gesagt, so dieses Beschützer-Ding, so, ne? Mhm. Würde ich in einer Beziehung halt auch total fühlen. So, wenn ich des Abends mit meiner Freundin durch dunkle Gassen laufe und da kommen, weiß ich nicht, kommt ein Aufmüpfiger uns entgegen und so, ne? Zückmesser, Alter, dann versuch natürlich ich, die Situation zu regeln. So, weil... Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das ein männlicher oder weiblicher Trait ist. Doch, Digger, safe ist es ein männlicher Trait. Ich bin ja insofern keine Frau. Du bist ein Mann, Digi. Das zeichnet das aus. Du hast das in dir. Das ist deine Biologie, das ist deine Natur. Wenn jemand deine Familie angreift, dann stellst du dich davor. Wenn die Titanic untergeht, dann stirbst du vor deinen Kindern und deiner Frau. Es ist einfach so. Und das zeigt schon, dass du auf jeden Fall auch eine ausgeprägte männliche Seite hast. Ich würde sagen, du bist einfach ein etwas femininer Mann. Und vielleicht so. Weiß ich gar nicht, ob du so krass feminin bist, wenn du schon das mit dem Beschützen so sagst und so fühlst. Die Mary hat gerade gefragt, was lässt ihn feminin weh? Also, was sind denn deine femininen Traits? Was würdest du denn sagen? Ja, das, wo wir gerade so drüber gesprochen haben, dieses Obsetz-Nägel-Lackieren, weil sie nicht Augenbrauen zupfen, ich trage super lange Haare, Klamottenwahl ist Unisex bis hin so leicht weiblich. Keine Ahnung. Ich muss auch dazu sagen, dass ich viele Traits davon bewusst niemandem zeige, weil man gesellschaftlich einfach besser fährt. Ach echt, ja? Ja, die Sache ist, man sagt so, ja, musst du drüberstehen und so. Ja, kann man, aber trifft einen ja trotzdem. Man will ja nicht, ja, ich weiß, was du meinst. Man will das nicht extra dann provozieren, dass man Abneigung erfährt. So sind wir Menschen, ich glaube, das ist natürlich. Ja. Ja, 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 aber ich sage dir ehrlich, ich kenne auch so, ja, ich kenne auch so die Jungs hier, in Tulum zum Beispiel, die ziehen sich auch relativ feminin an, lackieren sich die Fingernägel und so, sind aber Männer, so, also die haben regelmäßig Frauen und so, dies, das, bla, 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 weißt du? Keine Ahnung, ob das jetzt ein neues Geschlecht ist oder was anderes ist, weißt du? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach, dass Männer auch, dass innerhalb von Männern auch verschiedene, weißt du, der eine ist ein bisschen maskuliner, der eine ist ein bisschen femininer, der eine ist ein bisschen gefühlvoller, der andere ist ein bisschen stärker, der andere ist ein bisschen schwächer, der eine hat mehr Zugang zu seinen Emotionen, der andere weniger. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das variiert, das ist individuell. Ich glaube nicht, dass man, wenn man zum Beispiel ein, und das passiert heutzutage, glaube ich, wenn ein Mann zum Beispiel fühlt, dass er ein bisschen feminine Eigenschaften hat, dass er sich dann direkt mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die so in diese Transgender-Richtung geht und dann eventuell sogar seine Genitalien abschneiden lässt und dann eigentlich merkt, ey, ich war eigentlich nur ein Mann, der ein bisschen feminine ist, ich will schon meinen Penis behalten, weißt du, aber dann ist es zu spät, so, weißt du? Ich glaube, das wird da so ein bisschen in der Richtung dann, das meinte ich mit der Beeinflussung vorhin, wenn du dann in so einer Phase zu krass beeinflusst wirst, dann triffst du eventuell Entscheidungen, die langfristige Nachwirkungen haben werden, die nicht gut sind, so. Na. Hast du Kinder? Hab ich auch, nein, hab ich nicht. Was wolltest du sagen, sorry? Hab ich auch nicht vor, irgendwelche, solche Geschichten und da sind wir komplett auf einer Meinung, ich find, find das auch nicht gut, dass irgendwelchen Kindern heranzutragen oder so, keine Ahnung, spätestens so nachführende Schule kann man, ja, kann man mal drüber reden, aber dann auch bitte fucking neutral und nicht mit irgendeiner Indoktrination, weil, weiß ich nicht, irgendwie ein 14-Jähriger, der noch nicht den Weitblick dafür hat, weiß ich nicht, mit 20 merkte, oh, guck mal, da ist die Liebe meines Lebens und mit Kindern ist jetzt aber nicht mehr. Scheiße. Ja. Willst du Kinder haben? Hat einer gefragt hier im Chat? Ähm, schwierige Frage. Ja, willst du? Ja, schon eigentlich. Wir wollen uns alle fortpflanzen. So ein kleines Mini-Me. Voll. Ja, muss. Wie alt bist du? 29. 29. Okay, nice. Ey, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder so? Also ich fand das auf jeden Fall eine sehr interessante Nummer und eine spannende Thematik, Alter. Ich hab noch nie mit jemandem gequatscht, der sich da so ein bisschen, aber wie gesagt, also für mich, ja, du sagst ja, das ist biologisch bedingt, aber es hört sich für mich an, dass du halt, ja, aber das ist ja nur meine Perspektive. Ich find's auf jeden Fall interessant, mal mit jemandem zu reden, der da irgendwie... Ja, teils, teils, ne? Es kommt halt auch extrem viel durch, 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 durch Interessen und so, ne? Wie ich eben schon gesagt hab, ich bin Künstler, ich beschäftige mich viel mit, mit Kunst, jeder, in jeder Fasson und viel davon auch in Games, VR und so und, wenn du mal so eine VR-Brille auf hast und, äh, du in dieser VR-Brille an dir runter guckst und du hast einen anderen Körper, das macht was mit dir. Also digital sind wir schon, sind wir schon komplett da. Ja, deswegen halte ich auch Abstand davon, sag ich dir, so wie es ist, weil das ist bewusst gemacht, meiner Meinung nach. Genau. Ich will gar nicht in diese virtuelle Realität rein und dann da irgendwie sehen, dass ich einen anderen Körper hab und so. Das ist doch das nächste Level an Ablenkung, meiner Meinung nach, weißt du? Das ist ja so, dass, ähm, wir ja schon jetzt, ohne diese VR-Brillen und so, viele Leute den ganzen Tag zu Hause sitzen, sich irgendwelche Streams reinziehen, TikToks, Instagram, Filme, Netflix und sich in diese Realitäten flüchten, weil deren eigenes Leben sie nicht befriedigt so. Und wenn du dann diese, noch diese VR-Brillen hast, wo du dann wirklich in eine ganz andere Welt abtauchst, wo du das Gefühl hast, es ist ein neues Leben quasi, dann finden die, dann haben die gar keinen Bock mehr auf ihr eigenes Leben und ich glaube, das ist eine Sache, die bewusst auch in die Richtung getrieben wird und die auch nicht, äh, gesund ist, so, weißt du? Aber du bist ja, ich weiß noch, wir haben ja mal auch so ins KI-Sachen reingezogen, du bist ja bei diesen ganzen Themen relativ aufgeschlossen und sagst, es könnte was Gutes sein, ne? Ich bin da halt anders drauf. Nee, ich bin, sogar so, dass ich sage, ich von mir behaupte, dass ich damit nur Positives anstellen werde und das in eine positive Richtung treiben möchte und tue ich das nicht, bleibt dieses, dieses Feld halt irgendjemandem anderen offen, der vielleicht nicht so geile Intentionen hat. Insofern, das ist halt eine Technologie, der dem, dem Zeitgeist vorausgreifen kann. So, früher, früher war Fliegen nur ein Traum und jetzt machen wir Weltreisen im Flugzeug. So. Ich weiß, was du meinst, aber das ist eigentlich so ähnlich wie mit den Wahlen auch zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Dass du dann denkst, wenn du nicht wählen gehst, dann überlässt du denen das Spielfeld, aber am Ende des Tages kannst du mit Wahlen nichts verändern. Und ich glaube nicht, dass du, wenn du diese VR-Brillen und diese ganze, wenn du dir dann noch einen Chip ins Gehirn reinpflanzen lässt und dich umbaust als halb Roboter, halb Mensch, dass du dann damit irgendwie was Positives verändern kannst. Ich glaube, es muss Menschen geben, die sich im Endeffekt einfach davon distanzieren, davon fernhalten und den Leuten versucht beizubringen, zu sagen, dass die wahre, echte Realität, die wahre, echte Welt schöner ist als der Scheiß da. Weißt du, wie ich meine? So. Und ja, ich glaube nicht, dass, wenn ich jetzt selber mir hier eine VR-Brille reinziehen würde und den ganzen Tag da drin in diesem virtuellen Realität stattfinden würde, ja, was verändere ich denn dann damit? Also, weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Weiß ich nicht, was. Also, ich eben, wie gesagt, ey, das ist ein riesen fucking Thema und ich könnte wahrscheinlich mit dir, weiß ich nicht, drei Wochen darüber reden, aber. Safe. Nee, ist aber gut, mal so ein paar Ansichten auszutauschen, auch gut, mal mit jemandem zu reden, der ein bisschen andere Ansichten hat und Dinge anders sieht, aber am Ende des Tages, finde ich, denke, glaube ich schon, dass vom Gefühl her ist das so, wie ich mir das eigentlich immer wünsche, dass Menschen, die auch eine andere Meinung, andere Einstellung, andere Sicht auf die Welt haben, sich trotzdem auf Menschlichkeit und Liebe einigen und dass wir zusammenkommen können und ein vernünftiges Gespräch führen können, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Weißt du? Ja, total. Und es war mit dir so und deswegen Respekt. Frag ihn mal nach seiner Nationalität. Ja, Homo aus. Welche Nationalität hast du denn? Ich bin Mensch, aber nein, ich habe ja lange, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja lange die ersten Jahre meiner Karriere nie verraten, was für eine Nationalität ich bin, weil ich tatsächlich nicht richtig wusste, wo meine genetischen Wurzeln sind, weil mein Vater halt Amerikaner ist, aber ich wusste, okay, schwarze Hautfarbe, da muss noch irgendwas anderes hinten dran stecken und irgendwann habe ich dann so einen DNA-Test gemacht und ich bin gemischt aus Nigeria, Europa und Eurasien, glaube ich, nochmal 5% oder so. Aber 50% Nigeria, 50% Europa, kann man so sagen. Und du? Gute Antwort. Ich bin ein Animal. Weißt du, woher das Wort Animal stammt? Tier, oder? Ja, er kommt von Animare und bedeutet von Leben eingehaucht. Ah, okay, geil. Ich bin einfach von Leben eingehaucht. Also. Nein, ich bin deutsch, keine Ahnung, so ungefähr 6 Generationen rückführbar und dann ist da irgendwas Belgisches. Aria. Ja, ja. Geil, Alter. Okay, korrekt. Cool, Alter. Alter. Ich würde sagen, dann passt das doch, oder? Klar. War ein gutes Gespräch. Ich hoffe, wir sehen dich auf jeden Fall noch im Chat. Öfter. Ja, immer. Und, danke dir. Ja, falls du nochmal irgendwas auf dem Herzen hast oder so, sagst du Bescheid, ne? Wir sind da hier. Schon. Haust du rein. Schönen Abend. Oder wie spät ist es bei dir gerade? 16.50 Uhr. 16.50 Uhr. Ja. Schönen Abend, hau rein. Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. So. So, Digga. Gute Discord-Talks hier. Tschüss, Digga, draußen geht's ab, man. Sturm, Regen. Ey, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, ich werde diesen Talk auch bei YouTube hochladen. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ich fand es ein sehr interessanter Talk. Und ich will den Leuten auf YouTube gerne auch mal das Feedback geben, falls ihr mal mit mir quatschen wollt. Mal hier vorbeikommen wollt, irgendwie andere Ansichten habt oder einfach was mit der Community teilen wollt. Ich habe ein offenes Ohr für jeden. Kommt auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei und dann können wir gerne miteinander quatschen. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Peace out.